Wie haben wir's? Wie geht's euch? Wie heißt sie überhaupt? Also ich weiß es eh schon, aber was sagt sie es denen? Ich bin die Alet. Und ich bin die Doris. Und cool, dass ihr da seid. Ja, wir freuen uns schon aufs Match und hoffen, dass die Mädels das rocken werden. Ganz genau. Ja, wir freuen uns schon. Oh, geil. Das sind meine zwei Wörter zu dem Spiel. Was sagt ihr? Absolut. Wenn das so hoch ausgeht, hätte ich mir nicht gedacht. Also Weltklasse. Also ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht. Absolut. War ein ganz tolles Spiel. Vielen Dank an Admiral für diesen tollen Gewinn.